Der Messler hat eine 1.000 Meter großen Lagerhalle mit den 1.000 Meter, die sich in der Niederlande befindet. Die Staatsanwaltschaften sind in der Niederlande und können ein 3.000 Meter hoch verschieben. Nach der Niederlande 2.000 Meter hoch und bei 3.000 Meter hoch. Das ist ein Fahrgunde, das ist allerdings über 2.000 Meter. Der Messler hat eine 2.000 Meter hoch und die 1.000 Meter hoch. Das ist ein 1.000 Meter hoch, das ist ein 1.000 Meter hoch und das ist ein 1.000 Meter hoch und ein 1.000 Meter hoch. Die brauchen etwa 40 Minuten länger. Wegen Brückarbeiten ist bis morgen 6 Uhr zwischen Himmlingen und Aspen nur eine Spur frei. A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Neukirchen-Vörden und Holdorf. 2 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Dort ist bis 15 Uhr ebenfalls nur eine Spur frei. Die A20 Rottwock Richtung Schwed-Oder ist zwischen Prenzlau-Wüth und dem Kreuzbukermast voraussichtlich bis 14.30 Uhr gesperrt. A27 Bremen Richtung Bremerhaven zwischen Bremen-Seewaldsbrück und Überseestadt. 7 Kilometer stoppender Verkehr. Planen Sie etwa 20 Minuten mehr Zeit ein und im Kreuz-Harburg rechnen Sie bitte immer noch mit glatten Straßen und fahren Sie da sonst ganz besonders vorsichtig dort. In der India 2 Mittag, mehr wie Jens. 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 In der India 2 Mittag? Beweirat und frei wie Jens. In der here 3 Mittag, mehr wie Jens. In der eitheren Zeitraum Lautomer Papier regul Judah stattfindet. Winther 3 Mittag, weniger wie Sie der AufartRadnier profes angene Chuze. In der Mitte 3 Mittag Effects in blas 있어 massif ist. In derðys ergon die patriarchen不是 nur 3 Mittag. Untertitelung des ZDF, 2020